Das Trainingslager ist immer dann gut, wenn alle gesunden auch wieder nach Hause fahren. Das ist das Ziel. Es ist sehr gut, wenn die Einheiten so laufen wie bisher und wir wollen uns die Stühle auch noch ein bisschen besser präsentieren. Es war katastrophal, was wir jetzt zum Schluss gespielt haben. Bitterer Moment, lang nicht mehr so auf den Sack gekriegt. 0 zu 3 gegen Augsburg. Die Serie wird verlängert auf 14 ohne Sieg. Wir waren über sechs, sieben Monate hinweg auf so einem guten Weg und das haben wir weggeworfen. Das wird natürlich ein großer Rucksack, der da auf den Schultern sitzt, bevor die Saison überhaupt losgeht. Vor dem ersten Spieltag werden in allen Artikeln die 16 Spiele ohne Sieg rausgeholt. Abgehakt die Rückrunde, klar. Das habe ich aber schon mit Vorbereitung startet. Das ist passé, erledigt, vorbei, nicht zu ändern. Jetzt geht es um Gegenwart und Zukunft gestalten. Das ist ein Knoten, wo man sie mit nachgeguckt haben. Ja, das kann man sagen. Ich glaube, irgendwann geht es darum, wirklich nach vorne zu schauen und auf den Moment zu fokussieren. Und der Moment, den wir jetzt gerade haben, ist ein ganz anderer, wie der vor zwei Wochen, zwei Monaten oder zwei Jahren. Also wir haben eine andere Gruppe, wir haben andere Spieler, wir haben andere Positionen besetzt. Wir haben uns auf etwas Neues jetzt einzulassen und ich glaube, das ist das Wichtige, sich auf das Neue einzulassen und daran zu arbeiten, eine gute Saison zu spielen. Diese Saison ist einzig und allein schon deswegen besonders, weil es, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab, dass wir eine Saison spielen ohne Winterpause. Ich selber habe sowas ähnliches oder sowas in der Richtung schon mal, schon ein paar Jahre mal in England erlebt. Aber wir haben jetzt diese Saison eine Saison ohne Winterpause. Also das heißt, wir bereiten gerade unsere Gruppe auf zehn Monate Fußball vor, nicht auf dreieinhalb und dann nochmal auf die letzten drei, sondern auf mehr oder minder zehn Monate Fußball. Und das ist anders, nicht minder spannend, ganz im Gegenteil. Und das ist im Prinzip genau das, was wir seit Tag eins machen. Alles was Inhalte betrifft, was Engagement, da dran gehen an die unangenehmen Dinge auch richtig gut. Und da gehen wir einfach weiter. Ansonsten werden wir es haben, wie sonst auch im Trainingslager immer. Es gibt Mahlzeiten, die machen wir mit so einem Latest Reifen, wo jeder spätestens da ist. Da müssen wir nicht zusammen anfangen. Das ist in der Regel immer das Frühstück, weil normal ist der eine mal ein bisschen früher frühstücken, der andere kommt eher ein bisschen später, dass wir da so Gleitzeit haben. Und dann gibt es Mahlzeiten und da fangen wir zusammen an. Ansonsten habe ich mit Omar, Benji und Michi gesprochen, dass wir den Maßnahmenkatalog jetzt in dieser Woche, das glaube ich nicht selbst erklärend, insofern erweitern. Denn die Wege sind so kurz, da kann jeder im Teil sein. Werner legt jetzt los, aber alles in allem ist es dann eine Stunde weiter. Okay? Gut. Dann, Werner, für dich. Es geht ganz easy los. Da drinnen im Zelt, beim Laufen natürlich auch, da drinnen im Zelt will ich keinen Sinn, der unkonzentriert ist. Jetzt sind wir bis jetzt optimal durchgekommen. Oder? Buschelab. Das denkst du auch so, oder? Und das werden wir die nächsten vier Wochen noch schaffen. Und wir fangen alle zusammen an, wenn das losgeht. Nicht mit 40 Prozent und die anderen liegen wieder am Schrag. Okay? Ja? Also zwei Gruppen. Gut. Grube 1 geht zum Werner ins Fitnesszelt. Die drei Torhüter. Dann Bastia, Cipka, Hamza, Suat, Sebastian Uli, Schöpfi, Benito, Marc Utsch, Burgi, Stevie und der Nick. Der Rest bleibt bei mir draußen. Der Rest, der draußen bleibt, zieh bitte gleich kurz und send an. Liegt hier vorne vor der Kabine. Dankeschön. Im Prinzip besprechen wir alles gemeinsam, wie wir den nächsten Tag planen wollen. Wir haben die ganze Woche eigentlich schon grob vorher auf Schalke mal durchgesprochen, angesprochen und ins Feintuning gehen wir dann in der Regel den Tag vorher. Wir werden den nächsten Tag planen und dann vor der jeweiligen Einheit, ein, zwei Stunden davor, besprechen wir nochmal dann im Detail, bleibt es dabei, was bleibt vielleicht nicht so, weil dann geht es natürlich auch darum, wer kann mittrainieren, wer kann vielleicht nicht mittrainieren. Und dann hat in der Regel so jeder seinen Bereich, aber am Ende fühlt sich dann trotzdem auch jeder für alles verantwortlich. Jeder in seinem Tempo, mit guter Koordination, gute Qualität durch. Wir fangen hier an. Ihr lauft hier locker ein. Dann machen wir bei den ersten Durchgängen um die Stangen vorwärts, rückwärts. Dann geht er aus der letzten Stange raus, geht von gelb bis gelb rückwärts. Dann geht er aus. Dann geht er aus. Dann geht er aus. Dann geht er aus ellern. Dann geht er aus. Dann geht es wieder hin. Dann geht er aus. Dann geht er aus. acquainted ihn municipal xuLauren. Dann geht ein Kakaraur. Dann kommt es alleine weg. Kontakte wie möglich, so viele Kontakte wie möglich, nur eine Seite, hohe Frequenz, locker rüberlaufen. Ich glaube, die Vorbereitung aktuell ist eine sehr fordernde. Ich glaube, es muss nicht unbedingt mit dem Hintergrundwissen sein, dass es dann keine Wintervorbereitung gibt, sondern ich denke, wenn man sich die handelnden Personen anguckt, dann weiß man, dass es eine extrem harte Vorbereitung wird und auch ist. Sei es die Läufe oder auch die Trainingsinhalte, die sind natürlich sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir auch ein Stück weit brauchen, dass wir dann 100 Prozent fit sind, dass sich in der Möglichkeit weniger verletzen, als in den letzten Jahren das der Fall war. Und wenn alle fit bleiben, dann habe ich gute Hoffnung für die Saison. Was sollt ihr wann essen? Warum sollt ihr was essen? Und das versuche ich euch jetzt mal möglichst übersichtlich darzustellen. Und ganz rechts geht es um Leistungssteigerung, also Ernährungsziel, Leistungssteigerung. Und genau das ist auch das, was wir am Spieltag ja verfolgen. Wir wollen durch die Ernährung bestmögliche Leistungen erreichen. Ihr wisst, weil im Leistungssport geht es um ganz kleine Prozentzahlen. Ungefähr 2000 Kalorien, 2500, je nachdem wie groß ihr seid, wie viele Muskeln ihr habt. Zu dem Ruheumsatz kommt pro Spiel ungefähr 1300 Kalorien extra, die ihr verbraucht. Deswegen ist es wichtig, energiereiches zu essen. Das heißt, kein Salat, sondern Pasta, Reis, Saftschorle, Obst, Bananen, all solche Dinge. Deswegen sollt ihr keinen Salat essen vorher. Das war's von mir. Danke. Jetzt geht es einfach auch darum, die Gruppe, die natürlich auch wieder ein bisschen anders zusammengestellt ist, jetzt zusammenzubringen und alle wieder auf die Idee und auf uns einfach wieder zu fokussieren und einzuschwören. Und da ist sehr, sehr hilfreich, dass die Jungs schon ein ganzes Jahr miteinander sind. Das ganze Klima ist viel, viel positiver, viel, viel vertrauensvoller aufgrund der Erfahrungen, die man miteinander gemacht hat. Weil am Ende entsteht Vertrauen nur aus Erfahrung. Und egal, ob diese Erfahrungen positiv oder negativ sind, aus Erfahrung entsteht Vertrauen. Und da sind wir ganz sicher ein ganzes Jahr weiter. Was möchtest du sagen? Du denkst, ich kann kein Franzose, oder? Du denkst, ich kann kein Franzose, oder? Was möchtest du sagen? Doch, was möchtest du sagen? Komm, rede, ein bisschen stein, klatsch, klatsch, klatsch! Nicht so tief, können wir ruhig hoch, genau, aber schnell! Genau, jawoll! Weniger stark, lange Seite, stärker. Wir haben hier generell relativ viel natürlich auch in der Theorie gearbeitet, insbesondere in Mannschaftssitzungen. Das sind dann in der Regel immer die Besprechungen, die ich selber mache, wenn es über taktische Elemente geht. Wenn es dann in induelle Besprechungen geht, ist das dann auch häufiger mal der Christoph oder der Matze, der das mit den einzelnen Spielern dann auch mal bespricht. Aber im Prinzip, wie gesagt, hat jeder so ein bisschen seinen Bereich, aber am Ende dann trotzdem fühlen sich alle für alles verantwortlich. Es ist schon so, dass natürlich wir in der letzten Vorbereitung extrem viel mit Bildern von anderen Mannschaften gearbeitet hatten, um zu besprechen, wie wir es angehen wollen, wie wir Fußball spielen wollen, was uns wichtig ist, welche Details uns wichtig sind. Und jetzt können wir sehr, sehr viel mit Bildern von uns selber arbeiten, wo wir es gut gemacht haben oder weniger gut gemacht haben, um den Jungs dann Hilfestellungen bzw. ein paar Anker zu geben, an denen sie sich langhandeln können. Ansonsten sind wir natürlich schon dabei, eher das, was wir wirklich gut gemacht haben, wieder reinzubringen, zu erneuern, aufzufrischen, in Ticken an Variabilitäten auch zu arbeiten. Aber es ist jetzt nicht exorbitant, dass wir was ganz, ganz anders machen, als wir das bisher gemacht haben. Ganz einfach aufgrund dessen, dass wir davon überzeugt sind, von dem, wie wir es machen. Und ich glaube auch, selbst die letztjährige Sommervorbereitung und auch die ersten Monate haben uns gezeigt, dass wir da auf einem guten Weg waren bzw. sind. Ich glaube, es ist gut, wenn man es visualisiert, wenn man es sieht und dann sagt, okay, genau an den Schwerpunkten wollen wir jetzt an dem Tag arbeiten. Weil man hat es unmittelbar davor gesehen und versucht, das halt umzusetzen. Und wenn es klappt, umso besser. Wenn nicht, dann müssen wir halt einen Tag länger daran üben. Ich denke, die Zeit nehmen wir uns hier auch. Weil wir haben, wie gesagt, dann im Winter keine Zeit groß nachzujustieren. Und deshalb muss es jetzt dann umso besser funktionieren. Komm, liebe, komm, liebe, komm, liebe, nochmal, komm, 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 komm. Ja, ja. Einen Moment, dann müssen wir stoppen. Warte mal, warte mal, komm, warte mal, so. Komm, zum Ball, das ist es. Komm, komm, liebe, komm, jetzt weggehen. Was ärgerlich ist, ist, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Ja, also klare Absprachen. Und das kann mal passieren. Aus Eifer des Gefechts, Adrenalin, Puls 240, kann das mal passieren. Aber wenn es dafür relativ wenig Gründe gibt und es trotzdem passiert. Und vor allen Dingen, wenn es mehrfach passiert, das ist schon nicht das, was mir wirklich gefällt. Aber das ist Teil meines Jobs, dafür zu sorgen, dass es weniger passiert. Beziehungsweise dann dafür zu sorgen, dass jeder begriffen hat, was falsch gelaufen ist. Ich bin da relativ schlecht drin, um das mit mir selber rumzutragen und ganz ehrlich zu sein. Das muss nicht unbedingt dann immer für alle öffentlich sein, wenn ich diesen Ärgergrund tue. Aber das ist schon eher was, was ich rauslasse, als dass ich das für mich behalte. Da habe ich nicht das beste Ventil, das bei mir drinnen zu lassen. Sondern das muss schon raus. Aber wenn er passet und er passet zu ihm. Immer wenn er immer kann, wenn er nicht der erste Ball kann. Er passet. Er passet zu ihm und er bekommt den Ball zurück. Wenn er den Ball zurückkommt, dann geht es. Auch unterliegen. Wenn wir ihn von uns aus dem Feld entfernen können, dann machen wir es. Das ist nicht technisch. Es ist offensiv. Wenn wir das alles zusammen tun, dann geht es gut. Ich finde, das sieht man auch hier in den Trainingseinheiten, mit wie viel Feuer er dabei ist. Wie laut er auch ist. Wie er eingreift. Und ich habe das aber vom ersten Tag an gemerkt, als wir wieder in Gelsenkirchen zusammen kamen, nach der vierwöchigen Pause, dass er wieder voll aufgeladen ist. Und das ist natürlich wichtig. Und das ist natürlich wichtig. Wenn man keine Überzeugung hat, dann ist es, glaube ich, schwierig, das gebetsmühlenartig zu wiederholen. Aber das ist nicht der Fall, sondern ich sehe, wie die Jungs arbeiten, ich sehe, wie das Trainerteam und der Cheftrainer arbeitet. Ich weiß, warum wir diese Schwierigkeiten in der Rückrunde hatten. Ich weiß auch, wo wir Fehler gemacht haben. Das ist nicht nur Pech, was passiert ist. Wir haben auch Fehler gemacht, aber alle. Die haben analysiert, wir haben die richtigen Schlüsse draus gezogen, haben hoffentlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Das weiß man dann immer erst hinterher. Ich bin überzeugt, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und dementsprechend gehen wir das jetzt wieder an. Jeder macht sein Wörterprogramm, Eichkorn oder was wir noch brauchen, damit er heute Nachmittag so frisch und möglich ist, okay? Danke schön, bis zum nächsten Mal. Dass Jochen sehr, sehr nah dabei ist, das weiß und sieht auch jeder. Und dass er der Überzeugung ist, dass wir Teil der Lösung sind, die wir haben. Und wir haben Schwierigkeiten als Verein, das ist überhaupt keine Frage. Das ist schön, aber das wird er auch nicht sagen und kundtun, wenn er nicht davon überzeugt wäre. Und dementsprechend packen wir es an. Wenn es nicht so wäre, würde ich nicht hier sitzen. Das ist ja relativ simpel. Ich finde auch Kritik berechtigt. Wenn die Kritik wirklich darauf abzielt, wie haben sie gespielt, wie waren die Ergebnisse. Alles weitere, was da drum passiert, da ist auch viel, um ganz ehrlich zu sein, Unwahres dabei. Aber Gott, wen interessiert es, um ganz ehrlich zu sein? Davon kann ich mich ja nicht lenken lassen. Es war zur Mittagszeit, Jochen klopfte an der Tür und ich habe so gesagt, und? Haben wir Geld, Transfer, irgendwas Gutes passiert? Und da sagt er, nee, mehr das Gegenteil. Dann sagt er, wir haben einen Positiven. Und ja, dann haben wir aber super schnell super gute Ideen entwickelt, welche Maßnahmen wir ergreifen können. Ich glaube, die Entscheidung, hier zu bleiben, war auch die absolut richtige, weil wir auch darüber diskutiert haben, brechen wir das Trainingslager ab. Die Bestimmungen in Österreich sind ein bisschen anders wie in Deutschland. Eigentlich für Profisportler einfacher, sage ich jetzt mal, als in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Entscheidung, die du treffen musst. Wichtig ist, dass das Hygienekonzept gegriffen hat, dass wir uns immer strikt und penibel an alle Vorgaben gehalten haben und dann die einzelnen Prozesse analog dem Konzept gegriffen haben. Und das war das Wichtigste. Und dementsprechend ging es auch dann geregelt sofort wieder weiter. Perfekt. Perfekt. Danke. Wenn du weitere positive Fälle hast, hättest, wie hoch schätzen wir das Risiko ein? Unser Doc, Doc Ingelfinger, hat da herausragend recherchiert, gearbeitet. Und dementsprechend haben wir da schnell gute Entscheidungen getroffen und haben das Beste aus dieser neuen, herausfordernden Situation gemacht. Ich glaube, es war ja zu erwarten, dass das irgendwann passieren kann. Dafür ist das Virus zu präsent in unserer Gesellschaft, in unserer gesamten Welt. Und von daher war das irgendwann auch mal logisch, dass es auch uns erwischen wird. Wir waren von Anfang an mit dem Gesundheitsamt Tirol im Austausch, hatten da einen sehr guten Kontakt. Und es war klar, dass wir auf jeden Fall hier im Trainingslager verbleiben werden. Und das war schon extrem wichtig, dass wir weiter trainieren können, dass wir weiterhin diese positive Energie in dem Trainingslager behalten, dass die Jungs gut trainieren. Da war ein Tag Schütteln angesagt, weil wir ja nicht trainieren konnten. Und dann alle erst mal in Quarantäne waren, einen Tag, weil dann erst mal das erste Testergebnis kommen musste. Und dann auch nochmal herausgefunden wird, wer ist Kontaktperson 1 und wer nicht. Das hat dich dann schon beschäftigt, wenn du da auf deinem Zimmer warst und hast gedacht, okay, bin ich jetzt Kontaktperson 1, wie geht es weiter? Aber das haben alle super gemacht und es ging dann weiter. Das war toll. Ich war total positiv und überzeugt, dass wir da nichts weiteres bekommen werden. Ich war erleichtert, aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich links und rechts um mich herum mehr Steine purzeln hören. Das hat sich glücklicherweise dann auch so herausgestellt. Ich hoffe, dass die weiteren Testungen, wir werden ja zumindest noch eine weitere hier haben und dann nächste Woche die normalen, die wir dann wieder auf Schalke haben werden, dass das so bleibt. Hopp! Hopp! Wieder macht zehn, läuft zehn Stück! Hopp! Drinnen an! Antreten! Komm, 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 antreten! Jawoll! Alle, wirklich alle, die hier sind, die sind richtig auf Zug. Das ist ein richtig gutes Klima, ein gutes Arbeitsklima, auch wie sie jetzt mit der Situation umgegangen sind. Weil das ist ja schon nochmal was anderes und besonderes, herausforderndes gewesen. Das war richtig gut. Ich bin der meisten Überzeugung, dass so eine Geschichte sogar der Gruppe geholfen hat, um zusammenzukommen. Ich fand das was ganz Bemerkenswertes. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ein schlechtere Moment, um einen positiven Corona-Fall zu haben, als nach einigen Tagen im Trainingslager, gibt es eigentlich gar nicht. Auch wie die Jungs, die in Quarantäne sind, da trotzdem supported werden. Auch wenn man sich nur vom Balkon aus zuwinken kann, das ist schon schön zu sehen. Gemäß den Vorgaben hier in Tirol war es möglich, dass diese Jungs wieder trainieren. Natürlich separat, abseits der großen Gruppe. Aber sie können sich zumindest bewegen und können hier das Trainingsprogramm individuell dann fortsetzen. Dass alle gesund sind und auch positiv getestet werden, dass es viel, viel besser geht. Und das ist im Prinzip das Allerwichtigste. Und das ist das Allerwichtigste. Wir sind schon auf dem Renner. Wir brennen schon darauf. Zwei Wochen Vorbereitung bis zum Pokalspiel, drei Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel, in dem wir weiter hart arbeiten werden. Weil unabhängig von diesem Corona-Fall war halt schon auch viel, viel Training und viel, viel Arbeit angesagt hier in dieser Woche. Und auch da haben die Jungs wirklich super mitgezogen. Herzlich willkommen hier am Sportplatz zum internationalen Testspiel FC Schalke 04 gegen Aris De Salovicke. Ich frage mich einfach raus, ohne Handshake und alles. Wir haben keine Handshake. Achtung! Sehr gut, sehr gut! Gooo! 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 Ja, 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 wenn du mal länger gehst, wirst du! Ja, du! Ja, du! Wir sind jetzt in der Bringschule. Wir müssen erst mal liefern, damit auch die Fans wieder das Vertrauen in uns gewinnen. Und das werden wir tun. Da werden wir alles dran setzen. Und dann werden wir hoffentlich wieder eine erfolgreiche FC Schalke 04 sehen. Insgesamt befinden wir uns auf einem guten Weg, wohlwissend. Es kommt darauf an, wenn der Spielbetrieb wieder beginnt. Und da müssen wir Leistungen zeigen und wenn wir die zeigen, werden wir nachher gegen sie kommen. Wenn wir uns noch mal ganz kurz sehen, möchte ich ganz gerne dann trotzdem zwei, drei Sätze zu dieser Woche sagen. Als erstes möchte ich mich gerne bedanken bei Staff, allen Mitarbeitern für die Unterstützung, für die Hilfe. Und euch kann ich nur Kompliment aussprechen. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich es nicht anders erwartet. Dafür kenne ich euch auch gut genug, dass auch gegen Widerstände und gegen neue Situationen, die wir jetzt da erlebt haben, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr damit umgegangen seid, war unabhängig von Fußball. Was auch gut war. Diese Woche hat uns weitergebracht. Auch dieses Spiel hat uns weitergebracht. War alles nicht perfekt, klar. Aber wir finden es trotzdem besser wie verlieren. Und dagegen zu halten, macht trotzdem immer noch mehr Spaß. Die Trainingwoche an sich war eine gute Woche. Und jetzt gesund nach Hause kommen. Wir alle haben gesehen, wie so schnell diese ganze Corona-Geschichte riesig groß bei uns ist. Also achtet auf euch. Sensibilisiert auch noch mal eure Familien. Brauchen zu achten. Weil vielleicht macht ihr alles richtig, aber der, der neben euch liegt nicht. Und dann haben wir die Scheiße auch noch mal ein. Dieses Ding sollten wir, wenn es geht, nicht noch mal mitmachen. Ihr habt gesehen, wie schnell selbst nur am falschen Platz zur falschen Zeit gesessen. 14 Tage raus ist doof. Und dementsprechend. Das war eine gute Woche. Habt ihr gut gemacht. Okay? Dankeschön. Danke. Danke. Danke.